Starwatch, O2.0 Senden Sie Ihre Tipps an Starwatch Willkommen zurück bei Starwatch Liebe Kinder, ich bin Kali C. und bei mir ist immer noch unser allwissender Rechtsadler, Menwo Kubo, der zum Glück nicht weggelaufen ist, als ich sie in der Pause um Rechtsberatung gebeten habe. Es war aber definitiv für eine Freundin. Menwo Kubo, oh, komm schon Kali, ich würde dich nie im Stich lassen. Ich werde unsere kleine Beratung einfach als abrechenbare Stunde verbuchen. Deshalb bist du die Beste und genau deshalb habe ich dich gezwungen, hier zu bleiben, um uns deine Expertenmeinung zum größten Skandal der Woche zu geben. Der ehemalige Teni Traumbulin hat die Produzenten von Time Reaser auf entgangenen Lohn verklagt, nachdem sie aus der Hauptrolle des Videos gefeuert wurde. Der ehemalige Teni Schwarm, der seit seiner extrem chaotischen und öffentlichen Trennung von Juli Marx um seine Karriere kämpft, hat endlich eine Hauptrolle in Time Reaser bekommen, dem mit Spannung erwarteten neuen Video von Amadi Murnau. Insidern zufolge hat Bo geglaubt, dass diese Rolle sein Ticket zurück in die A-Liste sein würde und hat sich voll und ganz auf die Vorbereitung darauf konzentriert. Time Reaser basiert natürlich auf der gleichnamigen, actiongeladenen apokalyptischen Überlebenssimulation, von der sogar ich schon gehört habe, also muss es etwas Großes sein. Das Budget ist angeblich astronomisch, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Murnau darauf bestand, für die gewaltigen Action-Sequenzen des Films praktische Effekte zu verwenden. Bolin hat sich voll und ganz auf ihre Vision eingelassen und nach Angaben der Fido-Produzenten eine ganze Schar von Trainern und Überlebenskünstlern angeheuert, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Das ist doch seltsam, oder? Sind das nicht Kosten, die normalerweise eine Produktion übernehmen würde? Manuo Kubo? Auf jeden Fall. Wenn eine Produktion möchte, dass ein Schauspieler zum Beispiel den Schwertkampf beherrscht, würde sie alles arrangieren, um dies zu ermöglichen. Auf diese Weise kann genau das geprobt werden, was am Set benötigt wird und das Risiko, dass etwas schief geht, wird minimiert. Und, Junge? Junge, es ist einiges schief gegangen. Obwohl es schwierig war, bestimmte Details zu verifizieren, und glauben Sie mir, ich habe es versucht, kann ich bestätigen, dass Bo während der Vorbereitung auf die Rolle mehrmals gestorben, ja, gestorben und wieder aufgewacht ist. Dazu gehört angeblich auch, dass er erfroren ist, nachdem er eine Nacht allein in den Bergen verbracht hatte, und dass er beim Free-Soloing an einer Kanyonwand zu Tode gestürzt ist und sich dabei fast alle Knochen zertrümmert hat. Das ist Method Acting in einem absolut absurden Ausmaß. Als die Dreharbeiten begannen, behaupteten die Produzenten, dass die Verletzungen, die Bo während seiner intensiven Vorbereitung erlitt, seine Fähigkeit, Stanz zu machen, beeinträchtigten. Mehrere Regenerationen innerhalb eines kurzen Zeitraums verschlimmerten diese körperlichen Probleme. Die Produzenten behaupten, dass sie aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen keine andere Wahl hatten, als Bo zu feuern und die Rolle mit dem bulligen David Brandl neu zu besetzen. Manuo Kubo, oh, ich mag ihn. Und jetzt wird es wirklich seltsam und wild. Weil Bo eine gute Repräsentanz und ein bisschen Kasch aus seinen frühen Tagen als Star hat, hatte sein Vertrag eine Pay-or-Play-Klausel. Manuo, kannst du mir genau erklären, was das ist? Und wie kann ich eine bekommen? Manuo Kubo, im Wesentlichen ist es eine Klausel, die besagt, dass Bo bezahlt wird, egal ob das Video gedreht wird oder nicht. Wenn also, sagen wir mal, die Finanzierung scheitert oder ein Sturm alle Sets zerstört und die Produktion eingestellt wird, anstatt sie wieder aufzubauen, dann wird er trotzdem bezahlt. Und ich gehe davon aus, dass diese Klausel auch greift, wenn die betreffende Person gefeuert wird, richtig. Manuo Kubo, richtig, aber ich habe mich umgehört und niemand kann sich an einen Fall erinnern, in dem das passiert ist. Normalerweise bekommen nur die größten Stars die Pay-or-Play-Klausel. Sie gilt als zusätzlicher Anreiz, um sie zur Teilnahme an einer Produktion zu bewegen. Es ist wie eine Garantie, dass es sich für sie lohnt, an einem Projekt teilzunehmen. Wenn sie also bestimmte Termine wahrnehmen und möglicherweise andere Projekte ablehnen, werden sie trotzdem für diese Zeit entschädigt. Manuo Kubo? Ganz genau. Zeit ist Geld, besonders auf dieser Ebene des Ruhms. Ich verstehe also nicht, warum die Produzenten von Time Reservo diese Klausel überhaupt gegeben haben. Ich meine, er ist seit Jahren keine große Nummer mehr und brauchte das Video wahrscheinlich mehr, als das Video ihn brauchte. Manuo Kubo? Gute Frage. Ich kann hier nur spekulieren, aber ich würde vermuten, dass es zum Teil darum ging, Bo's Ego zu befriedigen und ihm das Gefühl zu geben, der Star zu sein, den das Wit braucht. Und, nichts für ungut, aber bei dieser Produktion scheint es mehr um das Spektakel als um die Stars zu gehen. Als er gecastet wurde, hatte die Produktion wahrscheinlich schon grünes Licht bekommen. Also wette ich, dass sie keinen Schaden darin sahen, ihm die Rolle zu geben. Obwohl er einige Male sein Leben verloren hat, wäre seine seltsame Methode, Extremsport und Schauspielvorbereitung miteinander zu verbinden, kein so großer Skandal, wenn die Produktion seinen Vertrag nach der Neubesetzung voll bezahlt hätte. Aber genau das ist hier nicht passiert. Stattdessen wurde behauptet, dass durch den Tod von Bo und seine Wiederbelebung die Pay-or-Play-Klausel im Vertrag hinfällig geworden sei. Was ist hier das Argument? Bin ich ein anderer Mensch, nachdem ich wiedergeboren wurde? Menur Kubo, der Argumentation des Produzenten zufolge, ja und nein. Danke, dass Sie das geklärt haben. Menur Kubo, die Produzenten behaupten, dass die Pay-or-Play-Bestimmung nur für den Bo gilt, der ursprünglich gecastet wurde. Die Version von ihm ohne die Narben und die ohne Schmerzen laufen konnte. Sie sagen nicht, dass Bo Lin nicht mehr Bo Lin ist. Sie sagen, dass ihr Vertrag mit einer ganz bestimmten Version von Bo geschlossen wurde und dass die Pay-or-Play-Klausel hinfällig wurde, als er sich zurückmeldete. Und das, obwohl er aufgrund seiner Vorbereitungen für die Rolle erneut zugesagt hat. Menur Kubo, der Antrag der Produktion auf Abweisung der Klage, besagt ausdrücklich, dass sie nicht an der Zusammenstellung von Bo's Trainings-Team beteiligt waren und in keiner Weise für das verantwortlich sind, was mit ihm passiert ist. Bo's Anwälte haben jedoch behauptet, dass er sowohl von den Produzenten als auch von Murnau nachdrücklich dazu angehalten wurde, sich in der besten Verfassung seines Lebens zu befinden und darauf vorbereitet zu sein, seine eigenen Stunts zu machen. Menur Kubo, ich meine es ist ein ziemlicher Sprung, zu interpretieren, dass die Aufforderung, sich auf einen körperlich anstrengenden Job vorzubereiten, bedeutet, dass er sich alleine von Kanionwänden befreien soll, solange er nicht im Besitz von Nachrichten oder einer Aufzeichnung eines Gesprächs ist, in dem ihm jemand von der Produktion ausdrücklich gesagt hat, er solle sich auf solche Extreme einlassen, sehe ich nicht, wie das seinem Fall hilft. Und ich glaube, die Produzenten sagen, dass sie andere Trainer eingesetzt hätten, was zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Ich habe so viele Gerüchte über das absolut verrückte Budget für diesen Film gehört, zum Beispiel, dass sie eine Raupe mit temperaturgeregelten Kisten voller Schnee aus Wenn eingeflogen haben, weil Murnau darauf bestand, dass der Schnee dort, wo sie waren, nicht die richtige Mikrostruktur hatte, um das Licht so einzufangen, wie sie es brauchte. Menur Kubo, das habe ich noch nicht gehört. Aber wenn man bedenkt, dass sie für diese Produktion bis zum Äußersten gehen, warum haben sie dann nicht einfach Bubbe zahlt? Menur Kubo. Ich habe eine Handvoll Kontakte befragt, die mit dem Projekt vertraut sind und alle haben das Gleiche gesagt. Budgetüberschreitung. Diese Entscheidung scheint einfach eine Kosteneinsparungsmaßnahme zu sein, die verhindern soll, dass die Produktion weiter außer Kontrolle gerät. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber Brundle hat in der Vergangenheit für seine Rollen eine Menge Gagen erhalten, die sicher nicht billig sind. Und man darf nicht vergessen, dass die Produktion unterbrochen werden musste, um die Rolle neu zu besetzen und darauf zu warten, dass Brundle die Dreharbeiten für ein anderes Projekt beendet. Sie konnten zwar einige Second-Unit-Aufnahmen machen, aber ein Großteil der Darsteller und der Crew wurde dafür bezahlt, dass sie abhingen und nichts taten, bis ihr neuer Star fertig war. Ich vermute, dass andere Filmemacher sehr daran interessiert sein werden, zu sehen, wie Bos Klage ausgehen wird. Menur Kubo? Oh ja? Sicher. Ich denke auf jeden Fall, dass die Pay-or-Play-Klauseln in Bezug auf Regeneration in Zukunft sehr spezifisch sein werden. Aber ich glaube auch nicht, dass wir viel von dieser Klage zu sehen bekommen werden. Mein Instinkt sagt mir, dass die Angelegenheit außergerichtlich beigelegt wird, wahrscheinlich zu erheblichen Kosten, aber zu weniger als dem vollen Vertragswert. Wenn ich eine der beiden Seiten beraten würde, wäre das mein Ziel. Warum ist das so? Nebenbei bemerkt, wir sollten sie auf jeden Fall für eine Gerichtsmodefolge zurückholen. Etiketten für Anwälte, Moderichter, das ist definitiv eine gute Idee. Wie auch immer, zurück zu Bo. Menur Kubo, was Bo angeht, würde ich mir Sorgen machen, dass die Produktion Zugang zu seinen Regenerationsdaten verlangt. Nicht nur wegen der Privatsphäre, sondern die wenigen Details, die bereits durchgesickert sind, zeichnen ein Bild von ihm, wie er seine Vorbereitung auf die Spitze treibt. Wenn sie nicht beweisen können, dass die Produktion ihn dazu angewiesen hat, besteht die Möglichkeit, dass eine Jury sein Verhalten als unangemessen und sogar schädlich für die Produktion einstuft. Im besten Fall würde er leer ausgehen. Im schlimmsten Fall müssten sie ihm die Anwaltskosten oder sogar die Kosten für die durch seine Handlungen verursachten Produktionsverzögerungen in Rechnung stellen. Und von Seiten des Produzenten. Menur Kubo, das ist ein echtes Spinnennetz von Problemen. Vor allem weil, wenn ihre Argumentation gewinnt und ein Gericht entscheidet, dass ihr Vertrag mit einer ganz bestimmten Iteration von Bug geschlossen wurde, sie zwar dieses Geld sparen, aber auch eine Schleuse für weitere Probleme im Zusammenhang mit Verträgen öffnen. Stellen Sie sich die weitreichenden Folgen vor, wenn das UEE-Rechtssystem beginnt, Verträge oder sogar bestimmte Klauseln als nur für jemanden gültig zu betrachten, bis er sich regeneriert hat. Nein, ich danke Ihnen. Ich bin kaum eine Berühmtheit und das Neuverhandeln von Verträgen ist schon lästig genug. Menur Kubo, stellen Sie sich vor, dass ein Arbeitgeber jedes Mal, wenn Sie sich regenerieren, behaupten kann, dass Sie eine schlechtere Version von sich selbst sind. Was meinen Sie, wie das für die Arbeitnehmer wäre? Das würde mich dazu bringen, die Mode aufzugeben und überall eine schwere Rüstung zu tragen. Menur Kubo, das bricht mir das Herz. Was für ein schreckliches Universum wäre das ohne dein umwerfendes Auge für Stil. Danke, dass Sie das gesagt haben, Menur, und dass Sie geblieben sind, um sich mit diesem wahrhaft wilden Rechtsskandal zu befassen. Sie müssen zurückkommen, um das Ergebnis zu besprechen, sobald alles geklärt ist. Wir müssen eine kurze Pause einlegen, aber wenn Starwatch zurückkommt, spielen wir unser beliebtes Outfit-Bewertungsspiel, trage es oder zerreiße es. Glaubt mir, ihr werdet es nicht verpassen wollen, Bildanhang, groß, send your tips to Starwatch. Vielen Dank.